Wir haben sieben Lasernivelliere getestet und stellen Ihnen in diesem Video diejenigen vor, von denen wir glauben, dass sie das beste Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Top 4 Bosch Quigo Green Dieses Kreuzmodell ist bis zu 12 mm weit sichtbar und wird mit zwei AAA-Batterien betrieben. Die Batterien sind zwar im Lieferumfang enthalten, halten aber nicht sehr lange. Daher empfehlen wir Ihnen, sich für wiederaufladbare Batterien zu entscheiden. Außerdem sind eine MM2-Universalklemme und eine Adapterplatte in der Schachtel enthalten. Wir fanden die Verwendung der Klemme sehr instinktiv und konnten sie an vielen Stellen anbringen. Die Adapterplatte hingegen ist ideal, um Travelings zu machen. Dieses Modell ist von allen, die wir getestet haben, am einfachsten zu verwenden. Man muss nur die Abdeckung öffnen, um es einzuschalten, und die Abdeckung schließen, um es auszuschalten. Das macht es ideal für gelegentliche Heimwerker. Wir haben festgestellt, dass sich das Gerät automatisch aktualisiert. Die Marke gibt an, dass der Vorgang bis zu 6 Sekunden dauern kann. In der Praxis erschien uns das nicht allzu lange. Bei diesem Preis sollte man keine zusätzlichen Optionen erwarten und es gibt keinen manuellen Modus. In Bezug auf die Sichtbarkeit waren wir mit den Ergebnissen in Innenräumen in einem normal beleuchteten Raum zufrieden. In 5 V-Meter Entfernung war der Strich immer noch sichtbar und etwa 2 mm dick. Bei hellem Licht auf einer farbigen Wand waren die Ergebnisse weniger gut, aber die Sichtbarkeit war bei näherer Entfernung auf einer weißen Wand gut. Die Verwendung einer Kreuzlaser-Wasserwaage ist eingeschränkter als ein Modell mit drei Linien, die um 360-Krante gehen. In diesem Fall beträgt die horizontale Öffnung 85. und die vertikale Öffnung 65. Für den gelegentlichen Hausgebrauch scheint uns das jedoch ausreichend, zumal es mithilfe des 1,4-Zoll-Gewindes auch auf einem Stativ angebracht werden kann. Top 3 Huepa 7H3CG Dieses Modell verfügt über drei grüne 360-Krallinien und ist mit 1,4-Zoll- und 5,8-Zoll-Stativen kompatibel. Er kann bis zu 30 Meter allein oder bis zu 60 Meter mit seinem Impulsmodus und einem Detektor verwendet werden. Mit der Schutzart IP54 ist es gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und gegen Staub geschützt. In unseren Tests haben wir festgestellt, dass er recht einfach zu bedienen ist. Der seitliche Schieberegler dient zum Ein- und Ausschalten des Levels. Das Logo mit der Glühbirne ermöglicht die Auswahl zwischen drei verschiedenen Laserintensitäten. Der mittlere Knopf steuert die Bedienung und die Auswahl zwischen horizontalen und vertikalen Linien. Die letzte Taste auf der rechten Seite aktiviert den Impulsmodus. Der manuelle Modus wird aktiviert, wenn das Lasernivelliergerät gesperrt ist und die Haupttaste zwei Sekunden lang gedrückt wird. Die Linie blinkt dann alle fünf Sekunden, um Sie daran zu erinnern, dass die Wasserwaage nicht selbstnivellierend ist. In einem normal beleuchteten Raum boten uns die drei Intensitäten der Strahlen eine gute Sicht. Bei einer stärkeren weißen Helligkeit war die stärkste Intensität noch auf 3 mm Entfernung durchaus sichtbar. Egal ob auf einer hell erleuchteten weißen Wand oder einer farbigen Wand. Diese Laserwasserwaage wird mit einer Zielscheibe, einem Ladegerät und einem USB-C-Kabel geliefert. Der Akku ist herausnehmbar und kann sich selbstständig außerhalb des Geräts aufladen. Es ist jedoch schade, dass kein zweiter Akku verfügbar ist, da dies den Reiz seiner Mobilität nimmt. Das Ganze ist in einer stabilen Transportbox untergebracht. Als Kritikpunkte haben wir seine Magnethalterung als etwas schwächer als bei einigen Konkurrenten empfunden. Außerdem ist die Dicke des Lasers bei 5 mm Entfernung etwas breiter. Und die Selbstnivellierung bietet einen Ausgleich von 3,5 Binder, im Vergleich zu vier dann bei anderen Modellen. Ein weiteres Detail ist, dass die Transportbox nicht mit Schaumstoff verstärkt ist. Top 2 Die Walt DCE 089D1 GQW Mit seiner IP65 Beständigkeit ist dieses grüne Laser-Nivelliergerät gegen das Eindringen von Staub und Strahlwasser geschützt. Er kann daher von Fachleuten auf Baustellen verwendet werden. Die maximale Einsatzdistanz beträgt 30 mm, kann aber mit einem Empfänger auf 50 mm erhöht werden. Dafür können Sie ihn auf einem Stativ anbringen, denn er bietet 1,4 Zoll und 5,8 Zoll Gewinde an seiner Magnethalterung. Die Halterung ist direkt an der Laserwasserwaage angebracht und bei unseren Tests fanden wir den Magneten ultra stark. Das Gerät kommt mit weiterem Zubehör wie einer praktischen Schutzbrille, einer Zielscheibe, einer Klemme, um es auf eine Schiene zu setzen, und einer großen Transportbox. Außerdem gibt es ein Ladegerät und seinen abnehmbaren Akku. Wir finden es jedoch schade, dass bei diesem Preis kein zweiter Akku mitgeliefert wird. Umso mehr, als ein Platz dafür in der Schachtel vorgesehen ist. Der Batteriestand wird durch vier Balken direkt auf dem Gerät angezeigt. Bei der Verwendung dieser Laserwasserwaage brauchten wir etwas Zeit, um uns an die Logos zu gewöhnen, die die verschiedenen Linien signalisieren. Aber die Selbstnivellierung erfolgte schnell. Das Gerät kann bis zu vierde Gramm ausgleichen und kann mit dem seitlichen Schieberegler ausgeschaltet werden. Wir hatten hingegen Schwierigkeiten, den manuellen Modus einzuschalten, den man durch Neigen des Geräts aktivieren muss. Die drei 360-Semmel-Linien können unabhängig voneinander verwendet werden. Beachten Sie, dass wir all dies durch Versuch und Irrtum herausgefunden haben, da das Handbuch nicht sehr viele Erklärungen enthält. Schließlich waren wir von der Sichtbarkeit in Innenräumen beeindruckt. Wir konnten alle Linien selbst bei natürlichem Licht, an einer farbigen Wand und mit Schutzbrille korrekt sehen. Bei einer Entfernung von 5 Meter war die Genauigkeit des Lasers beeindruckend, da die Linie nur etwas mehr als 1 Millimeter dick war. Top 1 Lasku LG 3DX Diese grüne Laserwasserwaage ist bis zu einer maximalen Entfernung von 30 Meter sichtbar. Seine drei Linien, zwei vertikale und eine horizontale, sind in einem Bereich von 360 Stagreste sichtbar. Selbstnivellierend schafft er es, Unterschiede von 4 A de Gramm zu bewältigen. Er hat eine IP54 Garantie, was bedeutet, dass er gegen Staub und Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt ist. Es kann mithilfe des 1,4 Zoll Gewindes auf einem Stativ angebracht werden. In unseren Tests fanden wir es recht einfach zu bedienen. Mithilfe des Schiebereglers an der Seite konnten wir ihn entsperren. Anschließend schalteten wir ihn mit dem linken Knopf ein, der auch zur Auswahl der Intensität und zum Einschalten der Pulsefunktion dient. Diese Funktion ermöglicht es, den Laser in Kombination mit einem Empfänger über größere Entfernungen im Freien zu verwenden. Mit dem mittleren Knopf wählten wir die horizontale Linie aus und mit dem rechten Knopf wurden die vertikalen Laser betätigt. So war es uns möglich, die Linien unabhängig voneinander auszuwählen. Das Gerät wird mithilfe der mitgelieferten Fernbedienung aus der Ferne aktiviert. Wenn es keine Zielscheibe gibt, hat die Marke dennoch eine drehbare Magnethalterung beigelegt, die sich als sehr leistungsstark erwiesen hat, sich leicht installieren ließ und bei der Benutzung nicht verrutschte. Das Ganze ist in einer Transportbox mit nützlicher Schaumstoffeinlage verstaut, falls es doch einmal herunterfallen sollte. Dieses Lasernivellier wird mit einem nicht austauschbaren Akku betrieben. Ein Ladekabel ist in der Schachtel enthalten, aber es gibt kein Ladegerät. Glücklicherweise handelt es sich um USB-C. Während unserer Tests konnten wir problemlos auf den manuellen Modus zugreifen. Man muss nur ein paar Sekunden lang die Ein-Austaste drücken und dabei die Ebene gesperrt lassen, dann können die Laser schräg eingesetzt werden, ohne die Selbstnivellierung. Das ist nützlich, wenn Sie Zorn B-Lampen in einem Treppenhaus ausrichten wollen. Da er vier Lichtintensitäten hat, kann der Lasernivellierer in dunkleren Räumen mit Batterieschonung verwendet werden, oder mit voller Leistung, wenn das natürliche Licht heller ist. Das ist unserer Meinung nach eine wirklich nützliche Option. In 5 von mehr Entfernung, in einem normal beleuchteten Raum, waren alle Intensitäten gut sichtbar. Bei hellem Licht empfehlen wir, die stärkste Lichtintensität zu verwenden. Sie war selbst auf einer 3 Meter entfernten farbigen Wand gut sichtbar. Damit ist unsere Auswahl der besten Lasernivellierer abgeschlossen. Wenn Sie sich für bestimmte Modelle interessieren, finden Sie deren Links mit den besten Preisen direkt unter diesem Video. Wir hoffen, dass unsere Tests Ihnen weitergeholfen haben. Wenn Ihnen diese Art von Videos gefällt, dann abonnieren Sie doch unseren Kanal.